einen wunderschönen guten abend meine herzallerliebsten butterblümchen ich begrüße euch ich muss mich ja erst mal wieder entschuldigen gestern gab es kein adventstürchen ja ich wollte eigentlich durchziehen 24 tage 24 türchen aber ich habe zeitlich echt nicht gepackt und das wäre schon wieder nach null uhr irgendwas geworden und ich krieg immer so irgendwie ein bisschen schlaf kriegen weil ich bin jemand ich stehe schon so 20 nach fünf halb sechs auf und es war nicht mehr drin ich muss es jetzt ehrlich sagen es war zeitlich nicht mehr drin gerade vor weihnachtszeit ich bin auch schon ganz aufgeregt weil ich auch besuch bekommen von der familie und ja da will man alles schön und toll und vorbereiten und so weiter ihr kennt es ja und darum ich hoffe ihr verzeiht mir dass ihr gestern von mir kein türchen dafür habe ich die letzte zeit auch wirklich gas gegeben euch viele infos über die community tab also gepostet viel ich habe ganz viele shorts gemacht wo ich auch dran bleibe weil es mir einfach auch spaß macht ja viel über facebook instagram gemacht und ja dann ist mal ein tag glaube ich zu verzeihen und deswegen wollen wir direkt starten wir machen heute habe ich mir folgendes überlegt und zwar habe ich hier heute die blume des lebens einmal die ja der baustein sozusagen uns von uns menschen vom universum der baustein des lebens sozusagen ja so wie die dna des kosmos oder des lebens sagen wir wie es wollen und da wollen wir jetzt einfach die habe ich ganz bewusst hier symbolisch hingelegt ich möchte nämlich einmal auf deinen lebensweg auf seinen lebensweg schauen und das auch natürlich dann als gemeinsam als liebe zu der liebe hin als partnerschaftlichen weg aber so ein bisschen ihn beleuchten einmal sich beleuchten wir fangen heute mal mit ihm an sonst fangen wir immer mit dem fragesteller oder fragestellerin ob du mann oder eine frau bist der eine frau oder mann liebt ganz egal bitte dretet euch ich spreche immer aus der sicht einer frau die mann für alle die neue sind die alten können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören weil ich sie das mal sagt aber man muss es ja es kommt ja auch immer neue zuschauer so unterschauen wir jetzt ein bisschen drauf es ist eine allgemeine legung ihr müsst gucken finde ich mich da wieder wo spüre ich da was was nimmt mich mit was holt mich ab was wo fühle ich irgendwie für mich einen richtigen weg oder im richtigen wegweiser innerlich es ist ja immer die frage womit schwingst du gleich wo ist die frequenz die haben wir die gleiche ist da die gleiche der gleiche radiosender eingestellt von der frequenz herne und da gucken wir jetzt drück meine juden so wieder einmal die kamera gekommen übrigens hier mal meine neue ich habe viel gegeben neu dekoriert ich gebe ja immer sehr lege sehr viel wert auf gemütliches schönes schöne dekoration und ja da gebe ich wirklich viel für auch viel für aus und ich möchte jetzt gleich beginnen mit dem klang sobald ich die klangschale betätige werde ich mit der legung anfangen und wie gesagt wir schauen zuerst auf dein herzens menschen mann frau ich spreche aus der sich deiner frau die man normal hab ich sonst noch was vergessen und ja ich weiß es warten noch einige von euch auf die energie am bänder es ist ich bin dran leute dass ihr müsst so ein bisschen verständnis haben ich weiß viele von euch haben auch echt geduld gezeigt und ich gebe mein bestes aber ich mache im moment schon gar keine werbung mehr wieder weil ich keine neuen bestellungen mehr oder man muss eben viel warte zeit mitbringen naja ich habe ja auch noch eine anderen anderes projekt am laufen und zwar die wunschfläschchen die ich euch die hexen wunschfläschchen also es wird jetzt bald keine wunschfläschchen geben aber ich stelle ich euch hier nächste woche vor habe ich ja gesagt und zum thema wir wollten ja eine traumreise gemeinsam machen die würde ich jetzt auch gerne noch angehen am liebsten noch dieses jahr auch und für alle die interesse haben ich kündige das noch mal an über ein post auch ja dann wenn ich das ankündige mich bitte über whatsapp anschreiben und dann machen wir dass ich euch sozusagen dass ihr angemeldet seid es ist kostenlos wie gesagt außer eure zeit kostet es euch nichts und wer es gerne annehmen möchte mitmachen möchte ein auto eine traumreise machen der ist herzlich eingeladen und ansonsten findet samstag bekommt habt ihr ja abgestimmt und so wie ich das sehe wird sich das nicht mehr ändern ihr habt euch nicht für den live stream sondern für den magischen spiegel der ist ja immer beliebtesten habe ich das gefühl entschieden ja so sei es ne sage ich mal so mit ölchen dann wollen wir starten wir fangen an mit deinem gegenüber deinem herzens menschen ob ihr kontakt habt oder nicht ist völlig egal ich erzähle ja jetzt sowieso die sicht jetzt sind wir erst mal bei ihm ja bei deinem gegenüber es geht um euch weil es geht aber auch so um seinen lebensweg um das was er was er vielleicht was ihn jetzt heute noch als erwachsenen menschen beeinträchtigt oder naja was auswirkungen auf die partnerschaft hat wenn sich eine dreiecksbeziehung zeigt dann soll das so sein dann möchte das so sein und dann werde ich auch die legung dementsprechend machen ich muss aber erst gucken weil für die für die die schon gesehen hat die stand ist gesprungen nein sie ist ja nun mal nicht immer die rivalin wie sollte sich hier eine dreiecksbeziehung zeigen werde ich es ganz klar ansprechen fangen wir mal mit ihm an und schauen uns das ganze genauer an da bin ich wieder an die kamera gekommen so schaffe ich immer ein video ohne an diese kamera zu kommen ich es ist schon nicht möglich menschke das ist so nicht zu glauben so los geht's wir fangen an ok hier ist jemand schnell im leben sie hat sehr schnell gelebt das sehr schnell vorangekommen vielleicht viel erlebt in kurzer zeit es ging sehr schnell alles vieles finanziell auch hat es positive phasen gegeben wo es irgendwie in irgendeiner form schnelles geld auch gab aber dann ist es auch hat sich das ganze auch so ein bisschen gewendet er hat hier eine frau in seinem leben kennengelernt oder hat sich wie auch immer eine frau mit einer frau verbunden auf irgendeiner weise die ihm nicht gut getan hat und das ganze ihm vielleicht auch geld gekostet hat oder finanzielle schwierigkeiten in finanzielle schwierigkeiten gebracht hat denn er wollte alles geben er wollte für diesen menschen sehr viel geben und hat sehr viel in seinen augen geopfert und was dann dabei rauskam das war ein großer berg an problemen und ja diese diese ganze geschichte bis ihm das klar wurde dass das ganze nicht die schöne welt ist sondern er ja ein großes drama große katastrophe in die er da rein geraten ist denn die größte katastrophe war bei der geschichte wohl dass diese frau ihn sehr schwer in seinem herzen oder sein herz erschwert hat es schwer gemacht man sagt doch manchmal man das macht mir das herz schwer wie man das ist so dieser ausdruck und es muss hier nicht unbedingt eine dreiecksbeziehung sein denn wir gucken ja hier auf die geschichte von ihm also diese frau die kann schon in der vergangenheit liegen aber bis heute in irgendeiner weise einfluss haben auf seine entscheidung auf seine gefühle auf seine reaktion auf etwas auf seine empfindung wahrnehmung und so weiter es kam für ihn dann hat sich noch mal was verändert im leben aber mit wirklich sehr viel stress sehr viel drama also er hat sich da so langsam raus bewegt aus dieser geschichte aber ich würde sagen es hat ihm schon viel gekostet viel abverlangt es könnte auch sein dass hier familie sich eingemischt wurde und das ganze so ja ein größeres ausmaß angenommen hat wenn sich da und da und da noch welche reinmischen freundeskreis sich vielleicht einmisch sich trennt wie auch immer sich auf eine seite stellt das hat auf jeden fall eine menge probleme gemacht und das ganze hat sich so verändert das hat ihn sehr geprägt als mensch der er jetzt ist und ihm fällt es und das habe ich mir gedacht genau das ihm fällt es unglaublich schwer jetzt so vertrauen zu fassen und über die dinge die in ihm vorgehen so zu sprechen und es gut zu kommunizieren was sache ist und auch das kind in ihm das kind in ihm das vielleicht ganz verletzt noch ist und das hat er nicht ausgeheilt oder noch nicht komplett je nachdem jeder steht da an einer anderen stelle er hat es nicht ausgeheilt wir haben hier den sarg noch liegen das heißt dieses verletzte kind was er auch als er auch wenn er hier als erwachsener verletzt wurde so ist es doch noch ein kindlicher anteil mit der immer verletzt wird ja weil das erinnerung meist auch aus vergangenen ablehnungen oder was weiß ich auch immer erlebnissen erfahrungen traumas was auch immer sind und das ist das wo es so hingeht mit dir gemeinsam und mit dir das da ist das thema das ist seine geschichte so ein bisschen und mit dir das ist das thema du bist eigentlich in seinem leben um ihm wieder sprechen beizubringen das hört sich jetzt blöd an überspitzt gesagt ist es aber so du musst ihm sozusagen nicht muss ihm du hast die möglichkeit die power die ja du hast das nötige um ihn wieder dahin zu bringen auch konflikten sich zu stellen die gehören auch zu begreifen dass offene ausgetragene konflikte meinungsverschiedenheiten empfindungen die man äußert dass man nicht gleiche wahrnehmung hat dass man nicht gleiche empfindungen hat das offen auszutragen ohne ich rede hier nicht von die fetzen fliegen sondern eine gesunde konfliktlösung und nicht die die er bisher hatte sondern also in sich kehren in sich und denken ich kann gar nicht mehr in eine gute partnerschaft gehen es ist immer ich werde immer von Frauen oder wie auch immer verletzt und da ist so euer weg und da ist das wo ihr zusammenkommen könnt ne das ist mit sicherheit jetzt gucken wir mal auf deine seite wie das ganze für dich ist denn das ist so der weg also wo du ihm was du machen kannst und ja wo dein anteil ist ne warum ihr euch getroffen kennengelernt verliebt verbunden habt wie auch immer so jetzt gucken wir auf deine jetzt mal ein bisschen mischen hier wir mischen erstmal einmal durch so ein bisschen flutschiger so und jetzt kommen wir mal aus deiner deine geschichte und deine sicht dieser dinge wir haben ja gesagt du könntest da der anteil sein der ihn zum reden das sprechen ne das was wichtig ist wieder wieder ja in ihm wieder hervorholen kann so mein schnutzelchen und jetzt machen wir dein deine geschichte so es geht los mischen die eh nochmal durch was möchte sich zeigen was ist wichtig einfach so was deine geschichte deine erfahrung wichtige prägende erfahrung die jetzt und noch mit mit dem also jetzt noch zu dem thema beziehung partnerschaften liebe in verbindung stehen also da eine ups ich sag gar nichts mehr wenn ich gegen das stativ hier komme das lohnt sich nicht einmal mischen da durch was dann wollt noch eine komm ich hab es mir gedacht so jetzt müssen wir hier das auch nochmal ganz gut durch also bei ihm gab es da ein bisschen mehr glaube ich so jetzt geht es aber los so jetzt schauen wir mal die ganze situation bei dir an ach mit der platzmangel meine ganze deko irgendwann ist nur noch deko auf dem tisch so viel platz und zum karten legen und der rest alles deko aber ich liebe es ich liebe das mit der deko und den lichtern und ich liebe das einfach und das immer wieder zu verändern und so das ist was was ich mache so mein haselein du hast in deinem leben ganz viel mit enttäuschung verlust ähm äh 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 verlust enttäuschung ähm verletzungen du bist sehr viel verletzt worden sehr oft von anderen menschen aufgewühlt worden dass du gar nicht mehr wusstest vielleicht äh wer bin ich eigentlich oder äh will ich nur noch anderen in irgendeiner weise gerecht werden oder wo bleibe ich also das ist mit sicherheit ganz viel auf der strecke geblieben in deinem leben vielleicht hast du dich auch sehr viel aufgeopfert für andere menschen oder für menschen ähm die dir wichtig waren und wo du dachtest dass du eine äh loyale verbindung hast ob zu freunden oder in der liebe ist völlig egal und in diesen verbindungen in denen du loyal warst ähm bist du enttäuschend verletzt worden und das hat dich sehr oft aufgewühlt das hat dich sehr viel gekostet sehr viel kraft gekostet sehr viel energie gekostet und für dich ist es einfach so gewesen alles was du wolltest alles was du dir gewünscht hast vielleicht nicht alles aber das größte was du dir gewünscht hast das ist eigentlich eine harmonische funktionierende partnerschaft mit der kann das heißt hier immer alles glatt und toll und man sich immer versteht und und darum geht es überhaupt nicht sondern eine gesunde partnerschaft die in der man hand in hand dass sich ergänzt in irgendeiner weise und vor allen dingen in dem der der andere loyal ist also in dem man genau weiß ey wir sind eins wir sind loyal miteinander wenn man streiten und wenn wir uns mal nie mehr sehen können und wenn wir uns mal aus dem weg gehen müssen und wenn wir mal andere meinung sind oder was ähm und wenn der andere mal mist baut wir sind aber wie diese ringe hier verschmolzen und ergänzen uns ne sind so wie yin yang sozusagen geworden und das ist so das eigentlich was sein ja wenn wenn man dich fragen würde hey was willst du dir denn so in der liebe wünschen dann würdest du das sagen hey ich hätte gar nicht so große ansprüche ich will mit mir einen loyalen partner den ich mich auch mal anlehnen kann wo ich selbstverständlich auch mal die starke bin wenn er mich braucht aber wo es so eine gesundes ähm es muss gar nicht immer ausgeglichen sein und äh ne eins zu eins wiedergegeben sondern einfach so eine ganz gesunde natürlich fließende ähm partnerschaft verbindung ne so und ja sehr oft ist hier ähm vielleicht bist du oft in an äh männer oder frauen eben geraten die ähm ihre meinung dann plötzlich einen anderen weg eingeschlagen haben ähm dir vielleicht wo du geglaubt hast hey das ist jetzt das das ist jetzt das feste und doch auf einmal ein anderer weg eingeschlagen wurde und immer wieder musstest du von äh klein klein neu anfangen das vertrauen aufzubauen ne die hier liegt nämlich eine ganz klare verstrickung ne also in was das angeht was äh partnerschaften die liebe es ist ein thema bei dir weil du diese ähm ordentlich da was abgekriegt hast ne sage ich mal wir haben hier nämlich genau in einer linie auch das kreuzigen das heißt also wirklich hier hakt also bei dir ist wirklich sehr viel ähm was du auch äh wo du auch verzeihen musst um ja das aufzulösen ne ähm ganz klar wieder in deine stärke zu kommen und zu sagen hey ne hier bin ich ich geh jetzt nach vorne ich hab all das erlebt ich bin ganz viel verletzt worden enttäuscht worden aber ich glaube trotzdem daran dass es auch andere menschen gibt das heißt nicht dass jeder der da auf mich jetzt zutrifft so sein muss und ich bin bereit zwar mit vorsicht ich habe gelernt eine gewisse vorsicht äh und mit einer kleinen distanz erstmal in eine neue verbindung zu gehen aber ich bin bereit trotzdem mit der zeit da auch mein herz wieder zu öffnen ne also vertrauen zu fassen meine ich damit und ähm jetzt haben wir hier den mond also dieses worum es geht das schwere was du loslassen muss das sind diese gefühle die du noch in dir hast die dich noch so traurig machen die wahrscheinlich noch dich in situationen bringen wo du in deinen stillen kämmerlein noch die eine oder andere träne weinst und ähm ja dich das einfach immer noch traurig macht und du oft vielleicht noch in diese alten gefühle zurück verfällst dann musst du dir selber oder dann solltest du dir selber ganz schnell klar machen und distanzier dich von diesen gefühlen denn sie haben nichts mehr mit dem jetzt zu tun ähm sagt dir okay ne ich wünsche diesen mensch dieser wie du auch immer dein name ist von damals ähm die nämlich jetzt im arm die drücke ich die tröst sich aber es ist vorbei und ich kann jetzt wieder ins jetzt gehen in dem jetzigen moment in dem ich mich befinde und da bei mir bleiben und in meiner eigenen stärke und hier haben wir am ende den anker liegen das heißt ey am ende wird alles gut zwar über umwege verstrickt verzwickt und was weiß ich nicht was also sehr kompliziert aber am ende geht es doch wir haben hier den ring in diese verbindung was du schaffen muss ist dich zu distanzieren von gefühlen und emotionen die heute nicht mehr zu dir gehören ne weißt du weißt hoffe ich was ich meine ach nee und ach ist es denn nicht wahr da haben wir doch bei dir auch als erstes den brief liegen und der verschlossenheit ja so ganz so offen kannst du auch nicht ähm raushauen hier mal eben zack die bohne hör mal ey ich hab mich verknallt bis über beide ohren ne so also weil er da dieses problem hat hast du auch das buch sehr oft noch verschlossen aber da ist eben die herausforderung da steckt die hinter verstehst du das da will das leben dich eben herausfordern dass das zu meistern ohne dich selbst zu verlieren ohne dich aufzuopfern sondern miteinander zu wachsen und profitieren aber auch ruhig mal neue wege gehen hey was ganz neues was überraschendes kommt ja auch guck mal ne also hier ich hätte ganz klar weg gesagt absolut plötzliche ähm aussprache weil darunter das buch also auf aus dem herzen raus gesprochen das ist das was das universum möchte ich nenne das jetzt mal universum das ist das was der euer lebensfluss eure seele seelen weg von euch beiden möchte und das soll jetzt umgesetzt werden meine gute schnute also jetzt aber mal dann wird es zeit verstehst du das das kriegt ihr hin und da bei dir sowieso die sense liegt das heißt es kommt sowieso bam patschpäm vielleicht kannst du dich auch einfach nicht mehr zurückhalten vielleicht kommt auch das gespräch so wups wo einfach sagst du jetzt scheiß auf alles ich haus jetzt raus alles was mich vielleicht auch gestört hat oder 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 so richtig aus dem herzen raus das steht an da brat mir doch einer am fetten storch sei ich nur so und weißt du was wir zum schönen abschluss noch machen übrigens wenn du gerne eine persönliche legung möchtest sehr gerne mich anschreiben über homepage oder meine über whatsapp unter jedem video findest du alle daten dafür für alle anderen die noch auf eine antwort warten es sind ich habe so viele nachrichten bekommen ich habe das gefühl im dezember ist immer die zeit wo die menschen am meisten hilfeprobleme wo es am schwierigsten ist und das ist manchmal sehr schwer das alles unter einem hut zu kriegen vor allem weil ich hier ja noch ich krieg noch besuch ich will euch hier alles ich will euch glücklich machen mit allen möglichen kram mit short mit videos mit information mit allem ich will euch so viel geben wie möglich und ja das ist so ist das nun mal und dafür habe ich doch wohl einen daumen herum verdient oder nicht wenn man ganz ehrlich jetzt drückt das knöpke und wenn du lust hast abonniere den kanal also persönliche legung gerne aber ein bisschen ich antworte leute für die die noch offenstehen auf eine andere ich morgen spätestens ratter ich das alle ab meine nachrichten und die die natürlich am längsten warten die mache ich zuerst ganz klar also für alle die warten morgen ist stichtag wenn ich schusseline erinnern da ist das ist immer wichtig immer wichtig immer wichtig erinnern weil namensprogramm vorstellung zeigen nie die wirklichkeit kultiviere eine bewusste wahrnehmung und sie was tatsächlich ist wie heißt es so schön man sieht nur mit dem herzen gut das wesentliche ist für das auge unsichtbar und das sagt so wahnsinnig viel vorstellung in deinem kopf und ich kann euch da ein von sing ich mit ab als absolute ich meine ich habe ja erzählt dass ich eine angststörung habe und die für mich sind manche sachen die für andere lächerlich sind eine riesen sache also wenn ich nur überlege ich musste bei einem arzt anrufen und da also das ging um so sachen ich habe einen riesen drama im kopf mir da irgendwelche crazy dinge zurecht und am ende des tages habe ich diesen anruf gemacht und dachte danach boah was bist du blöde dich da vorher so fertig zu machen das ist doch nicht aber ich kann euch nur den rat geben mein weg den ich gehe und der mir am heilsamsten ist rein in die angst rein in die angst rein in die angst das ist das wirklich einzige was da brauchst du wenn du das durch ziehst dann packst du das ohne irgendwelche medikamente oder sonst was wenn du das durch man muss dann nur es ist hart aber ich kann euch sagen das ist der heilsamste weg laut meiner erfahrung ja ich will hier nicht hier verallgemeinern und jetzt würde ich mich gern von euch verabschieden ich drücke euch ich bin froh dass ich meine butterblümchen gang hier habe und wenn du auch ein butterblümchen werden möchtest abonniere den kanal aktiviere die glocke und das ist völlig kostenlos und ja so sieht das aus ne und dann kannst du hier auch oder und oder lass ein nettes liebe kommentar da wenn es dir gefallen hat guck mal mein herz erfreut das immer wenn ich das von jemandem lese und es motiviert mich mir macht doppelt so viel freude dann weiter zu machen wenn ihr mir das einfach mal sagt oder schreibt ihr habt euch lieb meine butterblümchen alle die dies jetzt geworden sind und ich begrüße alle neuen abonnenten ihr seid jetzt automatisch buddha blümchen ich hoffe ihr seid das ist okay für euch dass ihr jetzt so gern gehört so leute schneute jetzt muss ich mir wirklich verabschieden ich wünsche euch was chill mit öl treibt es nicht zu wild bis morgen